Yo Leute was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. In der letzten Folge haben wir den Wither besiegt und konnten uns dann einen coolen Beacon bauen, den ihr da schon seht und deswegen haben wir auch Haste. Das ist alles ziemlich geil und es ist übrigens mal wieder Nacht, wer hätte es gedacht? Also gehe ich mal schnell schlafen. Was wir in dieser Folge heute machen werden, ist es den Dorf ein bisschen zu transformieren, das Dorf ein bisschen zu transformieren, ein bisschen hübscher zu bauen. Dafür habe ich mir hier schon ein bisschen was geschnappt und ich habe auch meine Axt verzaubert, ich habe eine Axt gecraftet, die verzaubert und die ist einfach richtig lecker geworden. Unbreaking 3, Efficiency 4 und Silk Dash, richtig cool. Und ja wir, wie gesagt, werden heute ein bisschen das Dorf transformieren. Erstmal gucken wir uns an, was es da alles so gibt und dann werde ich euch mal zeigen, was wir, oder was ich machen werde und dann werden wir das auch machen. Und zwar hüpfen wir dafür am besten mal hier irgendwie auf so einen Baum rauf, damit wir mal einen guten Übersicht haben. Ja, heute läuft das Deutsch auf jeden Fall. Komme ich da rauf? Ja, ne? Ja, wundervoll. So, also wir haben hier das wunderschöne Dorf und das ist schon eingerahmt quasi in die Mauer und ich finde es aber nicht hübsch. Also ganz ehrlich, ich finde es nicht so toll und das werden wir heute ein bisschen verändern. Und zwar werden wir neue Häuser bauen, wir werden mehr Häuser bauen, wir werden die Häuser ein bisschen hübscher bauen, wir werden hier den Villager Breeder ein bisschen cooler bauen. Wir werden die Wege natürlich alle machen, wir werden mehr Villager hier haben, wir werden das Ganze noch ein bisschen weiter einzäunen, wir werden Felder bauen, einen See und eine Mine und alles, aber wir müssen damit erstmal anfangen. Und ich würde sagen, der erste Schritt ist es, einmal alle Bäume wegzuhacken, weil die Bäume sind halt einfach absolut gerade im Weg und wenn man baut und es ist immer ein Baum im Weg, ist das blöd und deswegen würde ich sagen, fahren wir die erstmal alle ab. Wir werden später natürlich wieder neue Pflanzen und auch richtig große Bäume, die kann man ja auch so zweimal zwei groß machen, diese Riesenbäume dann. Davon werden wir auch natürlich welche bauen, aber erstmal müssen die hier alle weg, damit wir zum einen das Baumaterial haben und zum anderen, damit wir halt mal, ja, besser uns einen Plan machen können, was wir hier vorhaben. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir mal, was die Axt kann und ich werde jetzt hier erstmal alle Bäume abfarmen und das allerdings rausschneiden, weil das ziemlich langweilig wird, aber dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn ich das geschafft habe, wieder. Bis gleich. Die meisten Bäume habe ich jetzt abgefarmt und jetzt sieht das Ganze natürlich schon mal ganz anders aus, wobei hier noch die ganzen Blätter langsam verschwinden und ich würde sagen, jetzt haben wir schon mal einen ganz guten Überblick hier, wie wir das Ganze, ja, wie wir das aussehen lassen werden quasi und ich würde sagen, ich mache das folgendermaßen und zwar haben wir hier den Brunnen, der soll auch da bleiben, aber ich würde dann lieber so eine Felswand bauen, die tatsächlich ein bisschen höher ist, damit wir, also insgesamt werde ich jetzt erstmal terraformen, das bedeutet, ich mache so ein bisschen die Landschaft schöner und ich möchte halt lieber, dass alles relativ gerade ist und dann mache ich lieber Treppen nach unten als diese Übergänge hier, also werde ich da wahrscheinlich um den Dingsbums rum so eine Felswand bauen, wo es dann aber an der Seite eine Treppe nach unten gibt und da mache ich dann so einen kleinen Dorfplatz hin und ich habe auch überlegt, dass wir auf den Villagers, Breeders, Spawner Dingsbums, dass wir da oben vielleicht eine Statue drauf machen und dass hier dann so der Marktplatz hinkommt oder sowas, halt so der Dorfmittelpunkt und dass wir da hinten dann an der Mauer zum Beispiel einfach noch ein paar mehr Häuser bauen und zwischendurch dann hier zum Beispiel auf diese Seite Felder und dass wir hier vorne vielleicht einen kleinen See machen, wo dann eine Fischerhütte ist und so weiter und halt die Felder hier überall rum und hier oben lassen wir dann allerdings Bäume, weil das ist sowieso schon so weit weg vom Schuss und dann natürlich, wie gesagt, die ganzen Häuser ein paar mehr bauen und die Häuser, die wir schon haben, ein bisschen hübscher bauen und das ist jetzt erstmal so der Plan und ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal mit dem Terraform an das bedeutet, ich mache jetzt hier so diese Felswand und das können wir eigentlich schon mal direkt anfangen ich will ja nicht alles rausschneiden, aber es wäre ja langweilig, wenn ich euch immer nur zeige, was wir denn gemacht haben und ich will euch natürlich auch zeigen, wie man das Ganze macht und ihr seht schon mal, das ganze Inventar ist schon ziemlich voll was wir dafür jetzt brauchen, sind allerdings eigentlich nur ganz normale Steine und Andesit und dann würde ich sagen, überlegen wir uns erstmal, wie groß das Ganze hier werden soll und dann würde ich sagen, machen wir hier insgesamt mindestens drei Blöcke an der Seite nochmal frei damit man hier so eine kleine Straße hat so, machen wir jetzt erstmal so und hier das Ganze natürlich auch, mindestens drei Blöcke so und dann machen wir hier eins, zwei, drei Blöcke ich mache es erstmal so, wie es halt mindestens sein muss also so, ganz komisch aussehend wobei man dann hier vielleicht tatsächlich schon mal zwei weg machen könnte einfach damit man hier ein bisschen einen runderen Abschluss hat und hier kann man dann halt wieder mehr machen das bedeutet vielleicht so und dann gehen wir hier an diese Wand ran und habe ich noch, ja ich habe noch das so vielleicht und dann soll das Ganze hier so ein bisschen so aussehen wie hier dass wir halt Steine haben und oben drauf ist dann wieder dort und das machen wir jetzt gleich drumherum einmal wobei man dann hier natürlich auch gucken muss hier ist natürlich die Straße jetzt schon und die wollen wir natürlich weitergehen lassen dann könnte man hier halt wie gesagt einfach so eine Mauer machen so und dann hat man hier halt die Straße, die man dann hier runter geht oder man könnte hier in der Mitte vielleicht auch so eine Treppe nach unten machen einfach ja, wobei ich mache die glaube ich lieber hier hin dann machen wir nämlich hier zum Beispiel also die Treppe soll natürlich, oder der Weg soll auch drei Blöcke breit sein das bedeutet hier brauchen wir auch mindestens drei Blöcke wobei wir vielleicht vier machen, dann können wir noch ein Geländer machen und hier machen wir dann halt wieder ja so eine Erhöhung hin dass halt alles hier oben dann so ungefähr auf einer Ebene ist und dann könnte man hier vorne halt wieder so eine Dreier so eine Dreiertreppe nach unten machen und dann hier einfach nochmal drumherum gehen so dass man dann hier wieder irgendwie zur Mauer kommt so in etwa könnte man das Ganze machen also das ist jetzt so die Form, die das Ganze haben soll und dann müsste das hier unten halt alles auf diese Höhe hier das hier ist ja so die Höhe von dem Dorf Mittelpunkt dann im Endeffekt das bedeutet wir müssen jetzt hier so einmal alle Blöcke weg machen die halt nicht auf der Höhe sind wir farmen das Ganze hier mal ein bisschen ab und dann können wir den Dirt später auch wieder für oben benutzen ist immer ganz praktisch, dass man das Ganze dann hier halt wiederverwerten kann quasi so dann machen wir das hier noch weg zack 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 und ich habe mir auch überlegt zuerst ob wir die Straßen vielleicht aus Stein machen oder sowas aber ich möchte eigentlich, dass das halt schon als Dorf erkennbar ist und deswegen werden hier auch wieder Bäume und so reinkommen weil ich möchte halt nicht, dass das aussieht wie so eine befestigte Stadt sondern es soll halt schon einfach so ein kleines befestigtes, also ein bisschen befestigtes Dorf sein wo es halt schon Straßen gibt und so weiter und Mauern und so aber halt keine großen Steingebäude und keine großen Steinstraßen und was auch immer halt soll noch ein bisschen natürlich aussehen und ein bisschen ursprünglicher dementsprechend würde ich sagen machen wir halt auch wieder hier diese Feldwege die hier halt auch standardmäßig sind und machen dann hier aber noch ein paar ja, ein paar kleine Verbesserungen, sage ich mal und auch das Ding hier wollen wir natürlich abbauen oh, ich weiß gar nicht, muss ich das ich baue das lieber mit der Axt ab weil da habe ich ja Silk Touch drauf und ich würde sagen, wir machen hier mal kurz eine kleine Crafting Pause weil wir brauchen unbedingt ein paar Kissen hier so wo ich dann mal ein bisschen Zeug reintun kann so, dann machen wir mal hier zum Beispiel das ganze Holz rein zack, 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 zack und noch ein bisschen ich mache da einfach erstmal alles rein so wobei wir natürlich die Steine direkt brauchen könnten die nehme ich wieder raus zack und diese Dinger hier brauchen wir auch damit machen wir ja gleich die Treppe dann sammle ich hier schon mal den ganzen Deut wieder ein den wir natürlich noch verwenden werden so und ich werde euch jetzt wie gesagt an dem einen Stück hier mal zeigen wie ich das meine und dann den Rest aber quasi off-camera machen weil es halt sonst zu lange dauern würde und hier soll dann halt wie gesagt die Treppe hin das bedeutet wir machen hier zack, zack, zack denn da unter kommt Dirt zack dann hier natürlich überall Dirt hin dann machen wir da oben wieder oh ja, das war natürlich genau falsch so irgendwie ich weiß nicht was heute los ist auf jeden Fall so soll es dann im Endeffekt aussehen dass hier oben dann halt wieder Straße ist dann mache ich das da unten auch nochmal voll nicht dass da irgendwas komisches drin ist bei uns und das wir natürlich auch brauchen sind sehr viel mehr Arbeitsmöglichkeiten weil die Villager hier die haben keine Arbeit die drehen schon richtig am Rad hier und dann soll hier halt der Weg einfach so nach unten gehen und hier könnte man dann so ein kleines Geländer vielleicht ran bauen und das würde ich dann vielleicht so machen dass man hier halt umgedrehte Stufen macht und dann da oben drauf jeweils nochmal eine dann sieht das halt man könnte es natürlich auch aus Stein machen das würde vielleicht sogar cooler aussehen aus Cobblestone oder sowas ja, das wäre eigentlich eine bessere Idee und dann kann man hier halt hochgehen und dann hier muss das Ganze natürlich noch ein bisschen massiver aussehen das bedeutet hier machen wir halt Steine rein damit man richtig erkennt, dass das hier halt ein Felsen sein soll so zack, zack, zack das bedeutet hier schnappen wir uns dann Andesit ein bisschen einfach mal random hier so rein klatschend und den Rest machen wir dann hier voll mit ganz normalen Steinen so zack, zack, zack dann sieht das Ganze halt schon mal ein bisschen cooler aus wobei man das Ganze natürlich noch ein bisschen abrunden könnte an einigen Stellen beziehungsweise könnte man hier auch nochmal so einen so einen kleinen Vorsprung hin machen wenn das halt noch ein bisschen ein bisschen zumindest ein bisschen spannender aussieht so und da vielleicht nochmal so einen hin dass man dann hier an dem Ding vorbeigehen muss oder sowas wobei man da auch coole Sachen reinbauen könnte eigentlich also irgendwelche Stände oder sowas so, das machen wir dann auch nochmal weg die Ecke und hier hinten natürlich dann auch alles das mache ich jetzt mal später dann einfach es wird auch schon wieder Nacht einfach so das bedeutet hier alles voll machen zack und dann machen wir hier hier könnte man dann vielleicht nochmal so ein extra Ding hin machen so einen Vorsprung so, damit das Ganze halt nicht ganz gerade aussieht sondern so ein bisschen so ein bisschen cooler halt einfach so, das hier dann auch nochmal weg zack dann sieht das schon mal ein bisschen nicer aus wobei man hier vielleicht auch nochmal einen Dirtblock hin machen könnte und wie gesagt, man könnte dann hier halt irgendwas reinbauen einfach auch noch aber lass ja an dieser Stelle mal glaube ich wobei ich da glaube ich ein bisschen was reinbauen tatsächlich so dann hat man hier nämlich einfach nochmal so die Optik dass das Ganze hier so ein bisschen felsiger ist ist glaube ich ganz gut und wenn man das jetzt halt hier überall macht dann sieht das natürlich schon deutlich anders aus als würde man es einfach ohne machen so, hier oben kommt dann einfach wie gesagt der Weg dann machen wir jetzt mal Dirt hin zack, zack, zack und dann machen wir hier oben auch nochmal ein paar Marktstände hin und sowas weil hier ist ja so der Dorfmittelpunkt theoretisch bei dem Brunnen und dann kann man hier halt tauschen und handeln und was auch immer und vielleicht mache ich hier auch tatsächlich so Handelstände wo man wirklich mit den Villager noch traden kann die gut sind das wäre natürlich auch richtig cool wenn wir mal schnell pennen gehen und ich würde sagen ich mache das dann jetzt einfach erstmal überall aber wie gesagt ihr habt jetzt das Prinzip denke ich rausbekommen und dann sehen wir uns wenn ich das geschafft habe also bis gleich das Dorf nimmt jetzt mittlerweile schon ein bisschen Gestalt an und ich würde sagen ich führe euch mal rum was ich bis jetzt gebaut habe also zunächst habe ich natürlich ganz viel mit den Wegen ein bisschen rumexperimentiert und ganz viele weggemacht, ganz viele alte und die neuen ungefähr angelegt wo sie lang gehen sollen und dann auch hier so Stufen eingebaut und das soll dann hier alles irgendwie zum Dorfzentrum hier quasi führen und hier habe ich dann so ein bisschen die, ja diese Klippen ein bisschen hübscher gemacht auch noch ein bisschen mehr mit Stein und da oben drauf sind dann noch so Zäune die gucken wir uns aber gleich nochmal an und wow, falle ich hier noch in das Loch rein also die Straßen sind soweit alle schon mal gedacht zumindest hier kommt dann natürlich später noch alles mögliche an Dorfplatz hin und Springbrunnen und Marktstände und so weiter und so weiter und dann laufen wir mal hier hoch zack 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 hier haben wir dann zwei Etagen zum Beispiel haben wir diese hier hier soll dann irgendwie so ein bisschen so ein bisschen hier vielleicht ein Haus aber ansonsten weiß ich noch nicht so richtig was hier hin soll vielleicht kommt hier auch das Haus vom Bürgermeister hin oder sowas der dann so einen eigenen Platz hat hier und so weiter hier sollen dann aber noch ein paar mehr Häuser hin irgendwie vielleicht nochmal zwei nebeneinander und natürlich aber auch ein paar Bäume und hier hinten soll dann später so ein bisschen Wiese sein für Tiere halt weil hier sind ja schon ein paar das sind ein bisschen größer und vielleicht auch mit einem kleinen Bach oder sowas und so soll das im Endeffekt aussehen hier soll dann ein bisschen mehr Parkanlage hin vielleicht ein riesiger Baum hier hin und dann ist hier halt der Brunnen und so weiter dann kann man hier wieder runter gehen und kommt zum Dorfzentrum wo dann die Action abgeht und hier dann so in dieser Richtung hier bei dem Turm soll dann halt so ein bisschen mehr Feld hin also hier Feld an der Wand und so weiter damit man halt direkt quasi vom Feld aus Sachen ernten kann die man dann zum Marktplatz bringt und hier vorne sollen dann halt noch ein paar Häuser hin hier vielleicht in die Ecke eins da vorne eins und hier soll dann vielleicht so ein kleiner Workshop hin für Minenarbeiter da soll es nämlich eine Mine geben die hier reingeht dann hier vielleicht auch nochmal ein Haus hin also insgesamt es soll ein bisschen dichter werden ein paar mehr Häuser aber nicht so krass viel mehr Häuser also soll hier immer noch ein Dorf bleiben im Endeffekt und auch keine großen Häuser sondern halt so in diesem Stil hier nur ein bisschen verändert noch am Dach hier in der Höhle das werde ich zubauen und da wird dann aber die Mine hingehen hier wird dann hier quasi reingehen und hier oben soll dann halt wie gesagt ein kleiner See hin da soll dann vielleicht aus dem Berg da ein bisschen Wasser rauskommen der dann den See hier füllt und dann könnte das Wasser hier sonst auch zwischen den beiden Häusern vielleicht lang fließen und dann hier vielleicht in irgendwie einen Brunnen oder sowas am Dorfzentrum das wäre glaube ich auch ganz cool und ansonsten hier natürlich noch ein bisschen mehr Straße ein paar Haus hier vielleicht noch hin wird vielleicht ein bisschen knapp also ein bisschen so Bäume und sowas alles kommt natürlich hier hin hier noch ein Haus hin und das ist jetzt so der Plan erstmal und ich würde sagen das nächste was ich denn jetzt tue ist erstmal die Felder wegbauen also hier vorne das Feld zumindest wegbauen hier den See hin machen da hinten dann mehr Felder hinbauen ich gehe nochmal hier kurz auf mein Podest damit ihr ein bisschen mehr folgen könnt was ich gemeint habe so also ich möchte hier vorne das Feld jetzt erstmal wegbauen und dann hier halt ein See hinbauen dann das Ding zumachen dann hier vielleicht einen kleinen Fluss Richtung Dorfmitte und da hinten soll werde ich dann überall Felder hinbauen und die Wege ein bisschen besser machen und dann werde ich schon mal überlegen wo überall noch Häuser hin können und dann werde ich da vorne denke ich mal das erste Haus anfangen und da vorne die Wiese natürlich auch noch oi 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 das ist noch ganz schön viel was ich vorhabe und ich würde sagen ich fange erstmal hier an mit dem kleinen See und zwar müssen wir dafür erstmal alles abbauen was hier ist und wir haben Platz in meinem Notar das ist gut so und dann bauen wir erstmal hier die Wasserquellen alle zu tut mir leid für den Villager der hier so lange schon seinen Scheiß abbaut aber na es sind Änderungen Änderungen sind ja hin und wieder mal gut tatsächlich dementsprechend tut mir das leid aber du kriegst dafür später coole große neue Felder ich hoffe das ist okay das klingt doch nach einem Deal oder? so bedeutet wir laufen jetzt rum kloppen hier einmal alles weg weil hier muss ja wie gesagt alles weg weil hier der Seher hin soll und ich würde sagen ich lasse es sonst erstmal bei einem See bevor ich hier einen Fluss baue und so weiter das ist nämlich zu aufwendig so dann klatschen wir hier die ganzen die ganzen Dirt Blöcke weg zack 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 und dann bleiben nur noch die über die wir noch mit anderen Werkzeugen abbauen müssen bedeutet Axt hier und ich würde sagen hier die beiden nochmal die Axt und ich würde sagen wir machen dann halt echt aus diesem Berg hier raus vielleicht so eine kleine Quelle wo die Leute denn hier Wasser herbekommen zack und dann machen wir hier den See rein der könnte sogar ein bisschen größer werden tatsächlich ich mach den mal hier so zack ich buddel hier jetzt erstmal so ein paar Konturen hin quasi wie groß er werden könnte und denn hier soll er auf jeden Fall genau an den Berg hinan äh hinan alter an den Berg herangehen so ich denke das wäre ganz cool den vielleicht nochmal weg die hier denke ich auch weg und dann so zack jetzt gucken wir uns mal die Form an die Form ist noch nicht so geil da muss ich hier noch ein bisschen was größer auf jeden Fall das ist jetzt zu viel aber zu viel ist ja nicht schlimm das können wir ja ein bisschen berichtigen so sieht das gut aus oder sollen wir das noch anders machen ich glaube ich mach die beiden hier nochmal weg ich mach den denn hier nochmal ein bisschen größer brauche ich denn hier vielleicht ein dann hier zwei noch ein paar so vielleicht na dann müsste ich hier nochmal den hier vielleicht weg machen und den dann auch ich glaube so können wir es eigentlich lassen wenn ich da nochmal einen hinbaue ah wobei ich glaube ich lasse den doch weg so ich glaube so können wir den lassen so groß machen wir den auch das bedeutet ich brauche jetzt wieder Steine die ich hier vorne brenne zack und dann können wir nämlich hier schon mal erstmal müssen wir überlegen wo überhaupt das Wasser rauskommen soll ähm so den mach ich nochmal weg und den da kommen Steine hin zack und zack ich würde sagen das Wasser kommt dann einfach irgendwie hier raus vielleicht so zack machen wir da nochmal einen Stein hin ähm da kann dann auch nochmal einen Stein hin und davor vielleicht und dann kommt das hier so raus und ich würde sagen wir machen dann hier erstmal Wasser hin dafür brauche ich aber einen Eimer oder zwei Eimer eigentlich dann muss ich nochmal in die Base laufen ähm na wobei ist eigentlich langweilig das muss ich euch gar nicht zeigen das mache ich dann gleich ähm ja und dann werde ich da vorne wie gesagt nochmal die Felder bauen und dann sehen wir uns sonst gleich nochmal wieder so die ganze Transformation wird noch ein bisschen dauern deswegen würde ich sagen mache ich da auch zwei Teile draus denn diese Aufnahme geht schon seit zwei Stunden aber wir haben auch schon einiges geschafft und ich würde sagen wir führen euch oder ich führe euch jetzt einfach mal rum was wir hier so schon gemacht haben also ich habe hier ein bisschen was mit Bäumen noch gemacht und mit Bone Meal allerdings habe ich jetzt gar keine Knochen mehr ähm den See haben wir soweit fertig da müsste ich allerdings nur noch ein paar die äh nur ein paar Blöcke noch ändern also die ganzen Blöcke hier sollten halt nicht unbedingt Dirt sein und auch da unten muss halt irgendwie Sand hin oder sowas ich mache nochmal hier die Ränder das Sand ein bisschen runter wir wollen ja ne die 60 FPS haben und ich habe jetzt hier so ein paar riesige Bäume hin gemacht und ich finde die sind eigentlich richtig cool und ergänzen das Ganze und ich habe ja auch schon so ein paar Laternen hingestellt denn also es ist ja eine riesige Fläche die wir hier ausleuchten müssen damit hier nichts mehr spawnt und ich habe auch schon ein paar Häuser angefangen beziehungsweise halt die na die das Fundament gelegt quasi wo die hin sollen und auch mit der Tür wo das Ganze hingehen soll und die meisten Häuser werden dann so in einem ähnlichen Stil sein ähm die Wege sind auch alle soweit fertig gehen hier alle irgendwie Richtung mit und hier kommt dann natürlich Marktplatz hin und Brunnen und hier ist noch ein Feuer und dann machen wir hier noch ein paar Bänke drumrum und keine Ahnung mehr sowas wo alle zusammen essen können vielleicht irgendwie sowas ähm die Felder sind auch schon okay was heißt fertig aber ich habe sie angefangen zumindest hier müssen natürlich noch Karotten und Kartoffeln rein hier habe ich dann so ein paar Büsche gebaut wo jetzt so Beerenpflanzen wachsen sollen die sind allerdings noch nicht so weit ähm denn da oben auch voll komisch irgendwie auf diesem Turm hier sind voll viele Villager also drei Stück glaube ich waren hier oben ähm ja die sind hier wie auch immer hochgekommen ich wusste gar nicht dass sie ähm klettern können tatsächlich und jetzt kommen sie halt nicht mehr runter und damit das ein bisschen cooler aussieht habe ich denen hier diese ähm Pfeiltable hingestellt damit sie halt ähm aussehen wie Bogenschützen und das sieht natürlich ganz cool aus wenn man jetzt überlegt ja Bogenschützen macht ja auch Sinn dass sie hier oben sind ähm ja dann habe ich hier noch zwei Häuser hier natürlich auch wieder diese Büsche die finde ich eigentlich ganz cool tatsächlich und man muss da allerdings drauf achten dass man hier nicht ähm raus kann also die Villager können ja nicht so springen das bedeutet das müsste passen ähm ja hier kommen dann noch zwei Häuser hin das wird glaube ich auch ganz cool dann hat man hier so eine Gasse wo man dann zu dem Turm kommt und auf dieses Haus oben drauf will ich ja auch noch einen Turm machen irgendwie dann haben wir hier noch ein Haus das sieht ein bisschen anders aus das hat dann hier noch so einen Balkon Richtung Mitte das könnte auch eigentlich der Bürgermeister sein der dann hier so chillt und dann hier so eine Ansprache hält oder sowas hier ist wieder so ein großer Baum ich habe auch überlegt so einen Baum hier also genau so einen der diese Form hat ähm in die Mitte zu stellen und daraus dann irgendwie einen Weihnachtsbaum zu machen das würde ja eigentlich auch ganz gut passen ähm hier hinten die Mine wie gesagt habe ich jetzt ein bisschen tiefer gebaut aber die wird jetzt hier runter gehen und dann zu der anderen Höhle da und dann wird das schon denke ich passen und solange der Hund behält mache ich jetzt nochmal hier schnell zu Ende also hier kommt dann auf jeden Fall auch noch ein Haus hin und da hinten kommt auch noch ein Haus hin aber wie gesagt ich mache da zwei Teile draus weil das würde einfach viel zu lange dauern und ich hoffe dass ich lauter bin als der Hund das wäre sonst ein bisschen blöd gerade ähm hier kommt noch ein Haus hin hier kommt der Bürgermeisterhaus das Bürgermeisterhaus hin das ist ein bisschen schräge würde ich aber auch ganz cool finden mal so eine Abwechslung drinnen zu haben hier sind dann noch mehr von diesen Bäumen und hier hinten habe ich dann noch für die Tiere die hier waren so einen kleinen Ort gemacht vielleicht mache ich hier auch noch irgendwie einen Stall hin also hier hin für Pferde oder sowas und dann kann man hier irgendwie noch Hühner einsperren oder so die dann Eier legen und dann hier natürlich noch so einen kleinen Park mit Bänken und so weiter aber das wird dann alles im nächsten Video kommen und ich hoffe es hat euch soweit gefallen und ihr habt vielleicht ein bisschen was mitgenommen wenn ihr bis hierhin geschaut habt schreibt mal Hashtag Transformation 1 in die Kommentare und dann würde ich sagen lasse ich den Hund mal weiter bellen bis zum nächsten Mal haut rein und ciao